Hallo Freunde, willkommen auf meinem Kanal. Ich bin hier mit einem wundervollen Video von Engin Akjurek und Tugba Büyüküstün. Ein romantischer Feierbeitrag von Engin Akjurek und Tugba Büyüküstün wurde zu einem Trendthema in den sozialen Medien. Schauen Sie sich weiterhin unseren Kanal an, um tolle Beiträge zu erhalten. Engin Akjurek veranstaltete eine romantische Feier für Tugba Büyüküstün. Die Schauspielerin Tugba Büyüküstün und Engin Akjurek, die schon seit einiger Zeit verliebt sind, teilten eine neue Pose des Glücks. Akjureks romantischer Beitrag an seinem runden Geburtstag sorgte in den sozialen Medien für großes Aufsehen. Tugba Büyüküstün, die nach langer Zeit mit einem ganz anderen faszinierenden Auftritt auf die Leinwand zurückkehrte, begann zu Beginn des Sommers eine neue Liebe mit Engin Akjurek. Akjurek, der Jüngste des Duos, der seine glückliche Beziehung fortsetzt, teilte die Pose mit dem berühmten Schauspieler mit seinen Anhängern, was für Aufregung bei der Geburtstagsfeier seines großen Vorgesetzten sorgte und an dem Punkt, an dem Engin Akjureks Glückwunschschreiben zum Geburtstag seine Fans in Aufregung versetzte. Trotzdem die reichen Akjurek und Tugba Büyüküstün haben sich in der Serie kennengelernt, in der sie die Hauptrollen spielten. Ihre Liebe verbergen sie lieber. Jurek und Tugba Büyüküstün haben in den sozialen Medien ein großes Publikum. Liebesfotos der großartigen Inhalte, die jeden ihrer Beiträge mit ihren Fans teilten, wurden mit Likes und Kommentaren überschwemmt. Tugba Büyüküstün fügte auch den Beitrag von Engin Akjurek zu ihrem Instagram-Konto hinzu und schrieb, Meine Liebe, liebe Zuschauer, vielen Dank, dass Sie sich das Video angesehen haben. Auf Wiedersehen, wir sehen uns in neuen Videos.